Nummer 3 Wir können die Böden wieder angeleistet Ich glaube 5.1 anschließend Ich glaube 5.2 Chiants Vielen Dank. Und die Grenzwelt. Wir wollten das nicht am Anfang nehmen. Achso, das wäre so. Das wäre so. Das ist die Schöpfung des Schöpfers. 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 Die Schöpfung des Schöpfers. Scheiße, das ist die Schöpfung des Schöpfers. Das war's, das war's, das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's, das war's. Das war's, das war's. Das war's, das war's. 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 Das war's, das war's. Vielen Dank. Das ist ein ganzes Wettbewerb. 16 zu 19, 3.9 im zweiten dänischen Timer. 1, 2, 3.9 im zweiten dänischen Timer. 1, 2, 3.9 im zweiten dänischen Timer. 1, 2, 3.0 im zweiten dänischen Timer. 2, 3.0 im zweiten dänischen Timer. 1, 2, 3.0 im zweiten dänischen Timer. 2, 4 0 x N�. Unglaublich purgeschlagen, Simon Friedbach. Bein auf, gut verliebt bei uns am Team, Christian Stroffer, aus dem Spiel, Markus Wacker. Und 20 zu 15, 6 Punkte dabei und Quetzler bei Gleisdorf. Und der nächste Punkt folgt für die Löwen. Bein zufrieden auf dem Platz. Das Leibnach ist genau. Oh, Gott! Der Wiener ist kein Zeck von der Leibnach. Der erste Verschluss war es seit der Löwen. Vielen Dank.